hallo leute und herzlich willkommen zurück zu roller coaster taiko 3 nach langer zeit mal wieder ja ich weiß ich war jetzt im urlaub jetzt wieder da im urlaub habe ich viele ideen bekommen was man hier schönes bauen kann ich weiß hier fehlt noch stationshäuschen da habe ich leider noch nicht so eine tolle idee die brücke muss fertig gebaut werden ist überhaupt fertig gemacht werden also hier der weg und hier das zeug aber ich habe wieder neue die und deswegen mache ich zuerst die ja und zwar wollte ich eine transport bauen ich weiß noch nicht genau wie sich jetzt aussehen soll also die farben das kann man später noch machen jetzt erst mal 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 so und jetzt hier schon durchführen durch die bäume die hecken muss ich hier noch anders machen also nicht anders halt die äh wie heißen sie diese abenteuerhecken in cso dass sie halt durchsichtig sind dass man diese schule hinbauen kann so genau dann die andere richtung auch noch ein bisschen so jetzt aber erstmal zu dem häuschen hier da muss nämlich ein häuschen drüber und zwar ne erstmal ein farben schön ja so blau ist doch gut dann können wir den den hier auch noch anders machen ne das müssen wir jetzt hier bauen oder ja genau so macht man das jetzt hier kann ich jetzt schön schauen was dann passend ist und das weiß wenn das so schön dunkelblau wird und das dafür schwarz gut so passt so gefällt mir das passt dann zu dem ganzen zeug hier ein bisschen rot das passend aussieht das sieht doch gut aus gut jetzt eingang ausgang wo geht es hier geht es eingang ich habe schon eine coole idee wie ich das bauen werde das 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 Mit dem hier, damit ich nicht durcheinander komme. So, da soll man lang gehen können. Ziemlich lang ohne Stütze. Wo kann ich denn hier eine Stütze hinbauen? Hier. Das ist gut, wenn da eine Stütze ist. Die ist zwar mitten im Weg, aber es steuert ja nicht. Wunderbar. Dann kann ich hier das verantworten, dass es so passt. So, und einmal hier außen rum. Gut. Dann wird jetzt erstmal Zeug hingebaut. Eine Erste Hilfe. Und Toilette. Dazu noch ein Geldautomat. Der passt hier doch wunderbar hin. Hier kommt Essen und Trinken hin. Nehmen wir mal eigene Stände. Hier ragen sie ja nicht raus. Ich kann die ruhig mal in die Wachse erst ausfüllen. Kekse. Und Kaffee. Kekse und Kaffee ist, glaube ich, gut. Kann man hier auch die Farben noch ändern. Kann man. Wunderbar. Ne, das wird aufreist. Sonst wird es zu... ...bunt. Das wollen wir ja nicht. So. So passt das. Kaffee und Kekse. Passt eigentlich. Hier könnte noch was hin, theoretisch. Aber ich wüsste nicht, was. Haben wir eigentlich alles da? Und deswegen... ...kommen jetzt erstmal Bodenklappen hin. Hier nicht komplett durcheinander kommen. Erstmal nur auf den Weg. Hier nicht. Ne. Erstmal nur da, wo Weg ist. Gut, hier ist es klar. Hier kann auch. Ach, egal. Mach ich einfach schon überall hin. Komme ich zwar total durcheinander, aber macht nichts. So. Das ist jetzt grob erstmal das nächste Gebäude, was hier hinkommt. Erstmal Wände. Gut, die hier müssen hin. Hier, hier. Machen wir hier. Immer einen Eingang hin. Und hier auch. Bodenplatte kommt dann schon wieder hin. Keine Angst. Ja, ich habe doch gerade mehr Getränkestände gebaut. Mensch. Gut, hier kann man raus dann. Und hier auch. Hier kommen Bäume davor, dann sieht man das gar nicht. Hier muss ein Fenster hin. So. Dann auch hier zwei Stück. Machen wir lieber hier eine Tür hin. Stadt, ein Fenster. Tür, Tür. Können wir theoretisch hier aber auch eine machen. Ja gut. Ist dann so ein... Ja... Was soll ich sagen? So ein... Wie soll ich das Gebäude jetzt nennen? Ach. Egal, lassen wir es sein. Und bauen erstmal kurz einen Weg hin. Die Leute schon mal hingehen können. Gut. Und dann die Bodenplatten drüber. Kann man hier schon mal reingehen, schön. Gut. Jetzt wird aber erstmal weiter gebaut. Ah ne, ich könnte doch theoretisch... ...erst mal den schon mal hier aufstellen. Dann hier einen schönen dichten Baum davor stellen. Genauso wie hier. So. Wunderbar. Schon sieht man den Mist da nicht mehr. Wunderbar verdeckt. Gut. Wende. Weil es muss ja... Ja, so passt das. Muss ich grad überlegen. Hier eher nicht. So. So, so. Und hier natürlich. Wunderbar. Moment mal. Warum da nicht so? Warum den nicht? So. So ist doch besser. Hier muss so sein. Ganz ganz kurz. Sound weg. Hier ist eh ein... ...voller... ...ä... ...überall Wand, deswegen muss da nichts hin. Okay. Wenn wir den Weg so rot machen, das wäre doch cool. Vielleicht nicht so übertrieben. Nee. Das soll blau sein und das dann hellblau. Ja, so ist gut. So kann man es lassen. Gute, haben wir das hier schon mal einge... ...zuhint. Hier braucht man eigentlich nichts. Hier machen wir es so. Hier machen wir es so. Wunderbar. So. So. Hier ist jetzt ein bisschen doof. Muss man das irgendwie hin machen. Aber egal. So. Dann ist hier ein bisschen mehr Platz mal. Hier kann man eigentlich auch einen Weg hin machen. So lecker als... ...von da nach da. Das wird wohl reichen. Wenn nicht, dann habe ich Pech. So. Ganz schön doof, hier so zu bauen. Hier kann ich leider nicht das Geländer weg machen. Müsste passen, soweit. Gut. Nein, nicht hier hin. So ist gut. Hier noch einer, aber andersrum. Und hier natürlich. Geldautomat. Toilette und die erste Hilfe bleiben da so offen. Und dann stehen einfach... Hm. Die Steuerung für Topspin hat versagt. Ja, das ist natürlich doof. Aber was will man machen? Gut, das passt genau. Hier kann Fenster hin. Genauso wie da drüben. Hier kann man das auch, wenn man das möchte. Gut. Führe ich erstmal Fenster ein, bevor ich das vergesse. So. Hier. Ein offenes. Ein ganz 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 offenes. Ja. Geh noch eins hin. Ein halb offenes vielleicht. Dort auch nochmal, sehr gut. Dort auch nochmal, sehr gut. Ja, vielleicht nochmal zu ist dort. Dann müssen wir erstmal alle Fenster... Da unten ist noch eins. Da unten ist noch eins. Dann müssen wir erstmal alle Fenster... Da unten ist noch eins. Da unten ist noch eins. Ja. Bevor wir hier vom Thema abkommen. Ist das falsch? So. Nein. Oh, da muss man ganz genau bauen, sonst wird das nix, aber es sieht gut aus. Nein, das kostet nicht. Hier kommt aber noch so eine Tür drüber. Sehr gut, ist eigentlich schon... Oh! Marketingkampagnen. Wieso sehe ich das nie, wenn die aus ist? Ich muss mal besser aufpassen. Also wirklich, ähm, für Tropical Island mal. Gut. Okay, weiter. Ziehe weiter. Der ist mal da weg. So. Und dann hier. Das sieht sehr gut aus. Halt da in der Mitte fehlt. Das ist doch... Ja, muss ich's doch. Und hier. Okay, lass mal so da. Ich weiß ja nicht. Wie soll ich's hier machen? Muss ich so aber auch was machen. Und dann muss hier aber natürlich so eine Wand hin. Immer so wie hier. Doch, ich glaub, dann mach ich das so. Dann kann man hier schön hochgehen. Passt. 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 Passt.